Ein völlig fremdes Land für mich, noch ganz unerkundet. Ich war noch nie über den Teich, ich war noch niemals in New York. I feel like I've met a lot of new people, I've worked with a lot of really interesting and enthusiastic people that I otherwise wouldn't have met, so I'm happy. Es bleibt tatsächlich für mich die Entdeckung von einem Projekt mit neuer Musik, was sehr intensiv war. Ich bin hier bei der Skola Heidelberg ja total ohne Vorbereitung eigentlich eingesprungen, reingesprungen. It's good to experience different attitudes and different ways of working. It's always good. You always learn it. Die Kompositionen der Studenten, die fand ich alle eigentlich auf ihre eigene Weise interessant. Manches war, fand ich sehr gut zu singen, also da hat man gemerkt, dass die Studenten einfach auch sich Gedanken gemacht haben, wie es für eine Stimme passen kann. My favorite piece is probably the Vivier, but that's kind of a given because it's so so much fun for us to do and at least with the singers we always feel like we're family. Mich hat von den kanadischen Komponisten in unserem Programm tatsächlich Philippe Leroux am meisten beeindruckt. Ich habe ja auch ein Solo-Stück von ihm, Mabel Citiboulet. And I guess the thing that I take from this tour is, music isn't about notes on a page or rhythms or pitches or dynamics or anything like that. It's about people. willis oh Shay ises show die Vielen Dank.